Achso, ich muss doch da durchtauchen. Achso, ja, okay. Hey! Bin mal gespannt echt, wo wir hier rauskommen aus dieser Höhle. Es wird bestimmt kein Zuckerschlecken, wo wir hier rauskommen. Wahrscheinlich am Arsch der Welt. Wahrscheinlich auf einen ganz neuen Kontinent raus. Okay. Vielleicht ist ja auch hier unter Wasser irgendwas, ne? Das kann ja auch sein. Eine Wandmalerei haben wir jetzt auch noch nicht gefunden. Vielleicht ist auch immer entweder oder. Das kann auch sein. So. Okay, die Pilze können wir nicht einsammeln. Das sind dieselben, die wir auch schon bei Zayla gesehen haben. In ihrer Höhle damals. Dass er jetzt unsere Höhle geworden ist. Hm. Na, guck mal an. Fleisch. Tierfett. Jackfell. Cool. Den haben wir noch gar nicht. Ah, das war hier. Okay. Wollte gerade sagen. Irgendwas hat doch da aufgeblinkt. Da ist nochmal ne Hand. Ach, das wird dann wohl ne Wandmalerei sein. Mal gucken. Mystische Ecke, mystische Ecke, mystische Ecke. Tatsächlich. Es gibt mehr. Geil, ne Höhlenmalerei. Höhle vollständig. Geil. Wir haben unsere erste Höhle. Komplett erforscht. Geil. Was ist das? Wieder Ton? Bestimmt Ton. Ja, ist Ton. Stöcker. Wie geht's denn hier hin? Gucken wir mal. Nicht schlecht. Also die... Genauso habe ich mir das gewünscht. Genauso welche sind... Cool. Genauso was habe ich mir gewünscht. Weißt du, dass man irgendwie so ne Höhle hat, die man erforschen kann und was drin findet. Richtig geil. Okay, man muss sie abfackeln lassen. So wie es ausschaut. Ja, komm. Wir klettern hier ein bisschen durch. Packen wir ein bisschen durch. Zack. No. Ach. Hier sind wir. Interessant. Vorher konnten wir das nicht kaputt machen. Also zumindest hatte ich da nichts gesehen, dass er was mit Doorn war, dass wir dadurch konnten. Aber hätten wir sowieso nicht gekonnt, wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Boah, ist das hell, Alter. Meine Augen. Ach. Wir sollen mal wieder da lernen. Hä? Wir sollen mal wieder da lernen. Hä? Hm. Interessant. Es gab zwei Eingänge. Beweg dich. Steh dir mir doch nicht im Weg, du dummes Vieh. Ehrlich, diese KI, Alter. Die macht mich fertig. Was ist das? Was ist das? Nashorn. Und zwei Mammuts. Da werde ich definitiv die Finger von lassen, Alter. So, aber wir müssen da erstmal Venya retten. Ja gut, das Stadtgebiet haben wir doch so weit erstmal abgeknuspert. Sehr gut. Wollen wir uns mal langsam auf dem Weg nach Hause machen? Hm. Ich würde mal sagen, wenn wir hier sind, können wir eigentlich da den Checkpoint noch mitnehmen, ne? Komm, das machen wir auch. Tja. Ich glaube, es ist eine ganz schlechte Idee, mit unseren momentanen Stats des Nasen anzugreifen. Auf Südstein. Oh, da müssen wir durchschwimmen. Alter, das ist ein Piranha oder was das ist? Beißfisch, Alter. Kann wir... Oh, was Schwein gehabt. Halt die Klappe wahrzunehmen, schmeiße ich dich zu den Fischen ins Wasser. Alter! Hat das scheiße wie mich doch angegriffen? Ich hab dir nix getan, du blöde Sau, Alter. Warum greifst du mich an? Ich hab dir nix getan. Mistvieh, Alter. Siehst du das? Da geht man mal wieder durch den Wald, wenn du nix willst. Das greift halt ein Wildschwein an, Alter. Hat noch nicht mal irgendwelche kleinen Ferkel dabei? Ich weiß, bei Wildschwein heißen die anders. Ist mir egal. Ich den Headshot kriege. Okay, der hat noch keinen Alarm gemacht. Echt jetzt? Echt jetzt? Was für ein dummes Spiel. Da ist der Pfeil durch den Gegner gegangen und hat den Dorfbewohner getroffen. Was für ein Quatsch ist das denn? Ey, diese Aufnahmesession, Alter. Wir finden nur Bugs, Alter. Das ist doch ein bescheuerter Mist. Was ist denn der Pfeil getroffen? Boah, hat uns einen beschissenen Speer übelst reingehauen, Alter. Ja, geil. Warte mal. Ich glaube, ich muss mal was eingucken. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Zielhilfe ist aus. Die ist doch aus, Alter. Warum visiert der automatisch meinen Armlöwen an? Der hat doch gar keinen Respekt mehr jetzt von mir. Jegliches Vertrauen hat er verloren, Alter. So, zack. Stachel im Kopf. Niemals ein Tier schlagen, Alter. Vor allen Dingen, wenn es einen starken Willen hat. Dann hat es nie wieder Respekt vor dir. Vertraut einen überhaupt nicht mehr. Es hat nämlich nur noch Angst vor dir. Und darum gehorcht es. Beim nächsten Gelegenheit fällt es dir in den Rücken. So, den Checkpoint nehmen wir noch mit. Und dann reisen wir nach Hause. Und dann reicht es mir auch mit der Aufnahmesession. Ich glaube, das dauert sowieso noch ein bisschen hier. Dass wir den Checkpoint eingenommen haben. Ist, glaube ich, ein gutes Ende. Drei Stunden aufgenommen. Schade. Das einzig Gute ist, dass bei dieser riesigen Welt hier ist das alles Open World. Das alles lädt nichts nach. Das ist alles drin. Es wundert mich ja, dass das Spiel nur 16 GB hat. Das wundert mich echt. Das spielt nur 16 GB und sieht ein Traum aus. Gut programmiert, würde ich da mal sagen. Zumindest in Sachen Spielegröße. Wo muss ich denn da hin? Rechts, okay. So, Wolf, ich hoffe, dass du mir die Viecher vom Hals hältst. Danke. Ich muss echt sagen, Alter, der Wolf... Also, ich glaube, der Löwe war keine gute Idee. Kannst du mir erzählen, was du willst? Der Löwe war keine gute Idee. Hier. Falls ihr euch fragt, was ich gerade versuche... Jetzt, da war es wieder. Ich versuche, dieses komische irgendwie ihn zu triggern, dass ich ihn heilen kann. Das war mir schon so suspekt, als das war mit dem Honig. Als das nicht mehr geklappt hat mit dem Honig. Da weißt du doch, dass das ein Krampf ist. Naja, müssen sie nachpatchen. Weißt du, aber wenn du irgendwo... Irgendwo stehst, am Arsch der Welt, weißt du? Sehr schön. Das hat mal wieder gut geklappt. Naja, das können ja nicht alles schief laufen bei dem Spiel. Guck mal, ich muss auch an seinen Fuß, dass ich ihn looten kann, Alter. Wo habe ich ihn jetzt getroffen? Naja, genau in die Achsel, Alter. Ah, warte mal, hier ist irgendwas. Das hier ist zum Beispiel auch dieses Symbol. Was ist das? Das muss irgendeine... So eine Art Phönix ist das. Vielleicht kann man da irgendwo hochfliegen oder so. Das möchte ich auch gerne mal... Irgendwann mal wissen. Die Reichweite von unserem Pussy-Blick reicht noch nicht da hinten. Boah, die kämpfen gegen den Bär. Na, viel Spaß hier, Säcke, Alter. Also der Wolf hat sich nie so oft in den Weg gestellt, ganz ehrlich. Der Löwe ist... Der will kuscheln. In einer Tour will der Typ kuscheln, Alter. Was greift denn da uns jetzt an? Vor allen Dingen, was hat hier gerade die Leute getötet? Da ist ein Bär. Was meinst du, Löwe? Kannst du dich mit einem Bär anlegen? Oh, okay. Das bringt aber voll was. Der ist abgeprallt! Was ist das denn? Hm, heb ihn auf. Du sollst den Pfeil nicht anzünden. Du sollst ihn... Ach so, der ist abgebrochen. Alles klar. Alter. Die Uldan hatten keine Chance. Das ist eigentlich schon wieder Feuer, Alter. Hm, es gab keinen neuen Patch. Warum fange ich andauernd Feuer? Aber vor allen Dingen, warum fange ich... So krass... Weißt du? So richtig krasses Feuer fange ich. Wenn ich so übelst im Flammenherd stehe. Aber hier so ein bisschen... Na gut, auch wenn du so ein bisschen Flammen... Wenn es trocken ist, dann geht das ab wie Schmitz Katze hier. So. Gut, Checkpoint haben wir. Wir haben noch... Haben wir irgendein Schnellreiseziel in der Nähe? Ne, das Einzige, was wirklich hier Schnellreise ist, ist das und das. Naja. Wir reisen zurück. Machen sie auf dem Weg nach Hause. Äh. Nein, nicht schnell reisen. Wegpunkt setzen. So. Ja, was hast du denn jetzt für einen Tipp für mich? Sammle Fleisch und Pflanzen, um Nahrungsrezepte herzustellen. Ach, guck an. Für Hilfsseiler weiter um neue Rezepte. Ach, guck an. Äh. Warte mal. Tatsächlich. Wie cool ist denn das? Essen bei voller Gesundheit nicht möglich. Ach, guck an. Wir können uns... Denn halt uns das schneller. Guck mal. Zwei Gesundheitsbalken, einen Balken, drei auf einmal. Aber trotzdem, das bringt auch nicht sowas. Also das ist jetzt keine neue... Also es ist zwar schon was Neues, was wir gefunden haben, aber jetzt... Ich brenne schon wieder. Also es ist jetzt aber nicht so Game-Breaking, dass ich schon wieder merke, aber ich habe die ganze Zeit Kacke gespielt. Sondern... Wie können wir hier unten lang? Komme ich denn da hin? Und das sind einfach nur Sachen, wie wir ein bisschen besser heilen. Das ist jetzt nichts Neues. Ich glaube, ich kann mich hier rüber kaputt landen. Bei eins war bei Farcrash immer geil, dass die Gegenden hier so abfackeln. Mal ein Traum. Tja. Anscheinend haben wir nicht unendlich Zeit. Da ist die erste Venya-Hilfe. Verteidigung abgebrochen. Wohin! Wohin! Mein Wolf ist schon wieder am Arsch der Welt. Äh, mein Löwe ist schon wieder am Arsch der Welt. Das ist schon wieder ein Traum. Wohin! Wohin!